Wir alle lieben Essen, aber wusste dir, dass es Essen gibt, was so richtig mini, mini, mini Kleines? Und wie das hergestellt wird, das schauen wir uns heute an. Guck mal, wir haben jetzt hier erstmal eine ganz, ganz kleine Hühnchenbrust, Leute. Die wird jetzt hier reingemacht und auch ganz, ganz Babymehl oder sowas, ne? Guck mal, jetzt werden hier kleine Mini-Chicken-Nuggets oder so wahrscheinlich gemacht, oder Chicken-Wings. Guck mal jetzt hier schön, das. Uuuuh, sogar, die werden sogar in so einem Mini mit einer Kerze, werden die einfach gebrutzelt, Leute. Aber wer ist das denn nachher, ne? Und ich frag mich jedes Mal, wenn eine Ameise nachher das sieht, die denkst du doch auch nachher so, oh, Essen für mich, endlich. Okay, mal gucken, jetzt haben wir das mit der Kerze und das Ganze, oh, KFC, was? Das war halt KFC, Leute. Oh, die Burger, oh, so macht man anscheinend Mini, oh, jetzt macht der Mini-Burger, Leute. Uiuiuiui, okay, jetzt bin ich gespannt, Leute. Ey, da sieht auf jeden Fall richtig cool aus, ne? Das sieht richtig cool aus, richtig brutzeln jetzt hier. Was sind das denn für kleine Babybrötchen, Leute? Wo kriegt man denn bitte schon so kleine Brötchen her? Hä? Okay, Salat kann ich ja verstehen, aber gut, so krass lecker sehen die jetzt auch nicht aus, muss ich sagen. Also ich weiß nicht, was ist das denn für eine Monster-Gurke? Hä? Ah, gut, okay, weil es aber wahrscheinlich halt das Essen so klein auch sah, ne? Okay, jetzt hier schön, oh ja, warte. Oh ja, Mini-Lachs, Leute, was? Einfach der Mini-Lachs, ne? Und guck mal, der schneidet hier einfach, was ist das? Das sieht aus wie so, ich weiß nicht, was ist das? Guck mal, jetzt schön den Lachs erstmal abtrocknen, ne? Ja, wo auch gar kein großes Tee war. Gefühlt nur ein Toilettenpapierrohr dafür, ne? Das hier nochmal ein bisschen, ja, rein, warum wollte der Lachs getrugert? Leute, ich hab mir einen kleinen Burger bestellt, wie muss ich sagen, ja, den schaffen wir doch aus einer Person, oder? Würdet ihr den auch schaffen, diesen XXL-Burger? Schreibt's mal in die Kommentare. Ähm, wie soll man bitteschön den Burger essen, Leute? Ich mein, der ist so groß wie, keine Ahnung was, ich mein, okay, abbeißen kann man da, glaub ich, nicht, ne? So abbeißen kann man wahrscheinlich bei den Burgern auch nicht, aber ich mein, der ist extrem groß. Ey, was ist das für eine Mega-Top-Larode, ne? Ich brauch die auch, Leute. Ich brauch die auch. Das mal reinschieben in jemanden, der Lacto-Intoleranz hat. Also in den Mund, mein ich. Oh Gott, nein. Was ist das jetzt? Okay. Oh, Waffeln, oder? Was macht die? Komm. Wie Joey's Jungle, oder was? Äh. Äh. Hasenlustcreme. Oh Gott. Bueno. Das ist doch von Joey's Jungle, oder nicht? Oh, oh, Leute. Mal gucken, was wird es? Das sieht auf jeden Fall echt lecker aus bis jetzt schon, ne? Ich bin grad hungrig. Ich bin hungrig, Freunde. Okay, was ist das? Das sieht, äh. Was ist das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich glaube, es wird richtig... Oh mein Gott. Das wird ein Riesen-Bueno, oder was? Es ist ein Riesen-Bueno. Oh mein Gott. Was? Oh, oh, oh. So erstmal schön die Nudeln machen, oder was? Ist das die größte Nudel der Welt? Oh mein Gott, mit Schokolade. Oh mein Gott. Was? Oh, Leute. Das sieht ja so extra lecker aus, was? Ey, das sieht so krass lecker aus. Mini-Spaghetti. Jetzt, Leute, bräuchte man diese ganz kleinen Hände. Kennt ihr diese ganz kleinen Hände? Die bräuchte man jetzt eigentlich, ne? Aber ich habe irgendwie schon ein paar Fragen. Warum eigentlich, ne? Warum macht man das eigentlich? Einfach so? Haben die Leute Spaß daran? Ich meine, jeder hat so als Kind so gekocht. In so einer Babyküche. Aber das hier? Okay, jetzt erstmal schön jetzt hier die Kartoffel entlöchern, ne? Hä? Warte, gerade was... Oh mein Gott, das war sein Messer. Okay, okay. Jetzt hier die Kartoffelscheiben, ne? Ja. Okay. Ähm. Leute, so könnte es noch aussehen in der Welt... In 2060, Leute, wenn die Weltbevölkerung zu hoch ist. Oh Gott, was kann ich... Oh nein. Oh yeah. Oh yeah. Und jetzt hier, komm. Schön. Jetzt mach zu. Oh. Okay. Oh. Was ist das für ein großes Brot? Oh. Okay, gerade sieht es nicht so appetitlich aus. Also ich... Oh. Ja, fühlt ihr das, Leute? Okay, jetzt nochmal zu. Oh, jetzt. Jetzt... Jetzt würde ich es essen. Jetzt würde ich... Was ist das für eine Pfanne, Leute? Oh mein Gott. Oh. 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 Oh Gott. Oh. Ich will auch reinbeißen. Oh. Gott. Das muss so lecker sein, Freunde. Das muss so... Ähm. Wie... Warum ballert der da... Was geht bei dem ab? Wer ist denn das? So viel Käse. Der größte Käseball. Der hat 35.000 Follower. Herzlichen Glückwunsch. Aber das ist der größte Käseball der Welt, oder was? Oh. Das sind dann mal Chili-Cheese nochmal, ne? Äh. Digga. Wer ist denn das, Leute? Einfach. Einfach, äh... Nen, nen, äh... Krebs-Speed-Run, Leute. Wenn man das isst. Weil das ist, glaube ich, gar nicht gesund, Alter. Das ist gar nicht gesund. Alter. Das ist wirklich... Wie kommt man ins Krankenhaus? Ganz schnell. Das ist das Tutorial, Leute. Wenn ihr wollt, nachmachen und essen. Dann kommt ihr ganz schnell ins Krankenhaus. Aber der isst das auch noch, ne? Der isst das auch noch? Der isst das komplett? Digga. Wer hat denn sein Herz gebrochen? Höh? Guck mal. Der... Der... Der läuft schon aus der Nase was... Oh nein. Oh. Oh doch. Okay. Oh. Ich hab falsch... Oh doch. Oh mein Gott. Oh ja. Oh ja. Schön. Ich lieb auch diese ganzen Sounds, Leute. Ey, das ist richtig krass. Wo hat der die Nudeln her, Leute? Die Erbsen. Die Tomaten. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Das sieht richtig lecker aus, Leute. Das sieht jetzt schon richtig lecker aus, ne? Sind das die Nudeln, oder was? Ja, ne? Ne, das sind die Leute. Oh. Die Nudeln sind voll cool. Das Chicken sieht so juicy aus, Freunde. Oh, das würde ich jetzt gerne essen. Ey, lass ein Like, damit ihr jetzt auch gerade gerne essen wollen würdet. Weil das würde ich gerade echt sehr, sehr gerne essen, ne? Gut, trinkert ihr auf jeden Fall, ne? Sieht lecker aus. Sieht lecker. Hä? Warum hat er gerade... Yo! Okay, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ähm. Okay. Alles gut. Hä? Okay. Jetzt nochmal schön, ja? Slow gucken, ne? Ein bisschen lange jetzt. Ein paar Stunden jetzt da rein. 60 Grad das ganze Ding, ne? Ähm. Dass es 60 Grad drin ist. Okay. Mama! Warum dauert man... Äh, warum dauert das Essen allzu lange? Hä? Für wen macht er das jetzt eigentlich, ne? Der Decker, der hat sich ja... Bro, der... Der kocht den ganzen Wochen einkauf. Was macht er denn da? Sieht aber schon krass aus, Leute. Oh, doch. Sieht schon. Oh, doch. Oh mein Gott. Das sind nicht meine Bowls, Leute. Die Bowl würde ich auch gerne. Okay. Ist nur für ihn. Alles klar. Alles klar. Oh. Okay. Okay. Bisschen Wurst. Okay, ja, okay. Die Avocado. Ja? Ähm. Okay, er flippt die raus. Ich dachte, er macht das anders. Mhm. Und jetzt schön die... So habe ich auch noch... Oh mein Gott. Das ist voll clever, so eine Wurst zu machen, ne? Habe ich noch gar nicht dran gedacht. Voll clever so eigentlich, ne? Okay. Jetzt hier ein bisschen Ei. Oh, das ist... Oh, das wird richtig. Das wird ein Rap. Das wird extrem lecker, Leute. Oh mein... Alter. Okay, das... Äh, Leute. Das war... Das sieht extrem... Der schon wieder. Der eben den Käseball gegessen hat. Der... Ja, der isst das natürlich auch wieder auf, ne? Yo. Was hat der für einen großen Mund, Leute? Was geht bei dem ab? Ja, Daumen hoch, Alter. Da hast du... Guck mal. Kleines Babyfleisch. Ähm. Ich frage mich aber trotzdem, Leute. Wer diese Küche hat, ne? Wozu braucht man sowas, ja? Wozu? Ich meine, klar, um die TikToks zu machen, aber... Niemand wird davon satt. Nicht mal ein Baby. Ein Baby denken sie auch so. Das war's so. Mehr gibst du mir nicht. Das war's. Ich frage mich echt, wozu man das braucht, Leute. Aber... Irgendwann, wenn Sachen von 1 Euro auf 10 Euro hochgemacht wurden, dann ist man nachher noch so. Guck mal, hier ein kleiner Mini-Rap, ne? Ey, ich muss aber schon sagen, ne? Die ganzen Videos, wo die so Mini-Sachen haben, die sind schon echt sehr süß. Also, die sind schon echt sehr süß, Leute. Muss ich schon... Muss ich schon sagen. Die sind schon echt sehr süß. Also... Guck mal hier, die kleine Creme da drauf machen. Ja, genau. Jetzt schön einschmieren. Schmier das Ding ein. Schön einschmieren. Und mit der Gabel. Genau. Kurz mal... Und dann ist es einfach so, als würdest du... Ja. Alter, okay. Okay, cool. Lecker, schmecker. Ist das jetzt hier, Leute? Das ist so... Teig. Was macht er jetzt? Ey, der hat nen Mini-Nudelholz. Mini-Messer? Wo haben die denn überhaupt das für Steck, ey? Wer verkauft sowas? Ich meine, es muss ja auch scharf sein. Und wer macht das überhaupt ernst? Okay, er macht anscheinend ein Brot, Leute. Das ist so ein eigenes Brot... Okay, es geht sogar auf, ne? Oh nein, was kommt jetzt? Er hat... Was ist das denn für ein Ei? Oh, hat er so ein kleines Ei? Okay. Ähm... Oh, 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 Nutella? Warum sah das Glas los? Warum sieht das Nutella so eklig aus, Leute? Warum sieht das so eklig aus? Warum sieht das so verschimmelt aus? Warum sieht das... Was ist das? Mixer? Ist das ein Mini-Mixer? Der heißt Mini... Oh mein Gott, die macht diesen... Oh mein Gott, ein... Oh... Pfff... Was? Mini-Schokoladen-Ding... Was ist das für ein Song, Leute? Der Song sieht ganz, ganz crazy aus, ne? Okay, was ist jetzt... Oh, oh, jetzt ein bisschen Karamell, Leute. Oh ja. Oh ja. Und? Ja, okay. Also, das sieht eher aus wie Ohrenwachs, Leute. Okay, ich muss auf jeden Fall sagen, das war heute auf jeden Fall echt kurioses Essen. Wenn ihr davon noch mehr sehen möchtet, lasst einfach gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt unbedingt hier dieses Video aus, Leute. Einfach gerne raufklicken. Und auf drei bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.